Das ist Paul das Faultier. Er ist nicht nur extrem gechillt, er hat auch immer schon davon geträumt, als Finanzexperte in Frankfurt zu arbeiten. Bei StepStone haben wir keine Jobs für Faultiere. Für dich aber schon. Mit täglich tausenden neuen Jobangeboten und den neuesten Karriere-Tools helfen wir dir, deinen nächsten Karriere-Schritt zu gehen. Traumjob StepStone. Sorry Paul. Outro Outro Outro